Was für herzzerreißende Nachrichten! Die einjährige Tochter von Sister Wives Star Maddie Brush musste sich nun einer wichtigen Operation unterziehen. Die kleine Evie leidet seit ihrer Geburt an Oligodactylie, einer angeborenen Fehlbildung der Extremitäten. Keine leichte Diagnose. Jetzt musste ihr ein Fuß amputiert werden. Doch ihre Mutter, die sich durch die Reality-Serie Sister Wives einen internationalen Namen gemacht hat, bleibt stark. Sie hat positive Nachrichten für all ihre Fans, wie sie auf Instagram verkündet. Die 24-Jährige teilt ein Foto aus dem Krankenhaus und schreibt dazu, Evie erhielt einige wichtige Geschenke zu ihrem ersten Geburtstag. Ihr Chirurg legte den Grundstein für ihren neuen Fuß und die damit verbundene Beweglichkeit durch eine Beutamputation. Ein weiterer Eingriff ermöglicht ihr mehr Beweglichkeit in ihrer Hand. Sie ist jetzt zu Hause und erholt sich sehr gut. Die Fans können bei diesem niedlichen Schnappschuss aufatmen. Evie hat die Operation gut überstanden.